Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place. Heute habe ich euch eine weihnachtliche Shabby-Look-Dekoration. Ich beginne jetzt mit einer schönen Kieferngirlande. In meiner schönen Vase habe ich zwei gemeiner japanischen Lerche. Dann hänge ich jetzt noch ein paar schöne Shabby-Look-Weihnachtskugeln ran. Die sind übrigens handgearbeitet, aber nicht von mir. Letztes Jahr an Weihnachten habe ich meinen ganzen Weihnachtsbaum damit bestückt. Jetzt kommen noch ein paar weiße Zapfen dazu. Die habe ich umwickelt mit weißem Draht. So kann man die ganz gut stehend an diesen Zweigen befestigen. Dann noch ein paar kleine Weihnachtskugeln, damit die großen schönen Shabby-Weihnachtskugeln noch zur Geltung kommen. Auch bei dieser Dekoration darf mein Hirsch wieder dabei sein. Diesen tollen Pinien-Sapfen habe ich ebenso mit Goldspray besprüht. So, das war jetzt mal eine ganz andere Dekoration. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man wirklich mit ein paar Zweigen und ein paar Weihnachtskugeln schnell was auf den Tisch zaubern kann. Das passt natürlich perfekt zu meiner Einrichtung, alles in diesem beige-braun-Ton. Vor allem kann man doch mit ein paar unterschiedlichen Zapfen so viel Schönes dekorieren. Liebe Grüße, eure Sandra